Ich hebe dich einfach hoch. Dann brauchen wir die Aufstieghilfe nicht. Hallo ihr da draußen. Heute reitet die liebe Leo mal den lieben Franjo. Und die beiden machen ihre Sache fürs erste Mal sehr gut. Denn Franjo wurde bis jetzt noch nicht von vielen anderen Leuten geritten. Und ist auch nicht gerade ein einfaches Pferd. Er ist zwar sehr brav und lieb. Allerdings ist er auch total sensibel und überempfindlich und ist noch unsicher. Was Hilfen betrifft, das ist für ein junges Pferd normal. Und zudem ist er sehr nachtragend. Also wenn du Fehler machst, kann er schon mal echt ein bisschen sauer werden. Aber nicht böse. Und die liebe Leo muss auch leider mit meinem Springsattel reiten, der ziemlich scheiße ist. Aber die zwei machen ihre Sache sehr gut. Und das ist ja schnell einngelden. Und das ist ja schnell ein weiter. Da fühl ich nicht so megaviel. Wie lange mit Deutschland? Boah, ähm, ja. Das war's für heute. Musik 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 Ochron Das war's für heute. Das war's für heute. Auf jeden Fall verlassen in der Hinsicht. Dann danke fürs Angucken. Kommentare könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben. Ja, dann sehen wir uns am Samstag.